Landeshauptstadt München mit ca. 1,5 Millionen Einwohnern. 96% aller Bewohner nutzen das Münchner U-Bahn-Bus- und Tram-Netz. Also viele Menschen mit viel Zeit. Die Münchner vertreiben sich ihre Zeit am Gleis in der Bahn ganz individuell. Ich sitze in der U-Bahn und schaue in mein Handy. Schaue ich auf mein Handy. Meistens schaue ich aufs Handy. Ein bisschen aufs Handy schauen, ein bisschen Facebook. Mit Freunden schreiben. Gucke. Schaue immer mal wieder auf mein Handy. Normalerweise ist es mir langweilig in der U-Bahn und ich schaue entweder auf mein Handy oder... E-Mails checken. Die Hauptmotivation liegt darin, dass die meisten Menschen, wenn sie Tram-Bahn, U-Bahn, Bus fahren, schauen sie bloß in ihr Handy oder reden nicht mehr miteinander. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen locker. Das war so die Grundidee und jetzt spiele ich mit den Leuten. Beziehungsweise ich stelle ihnen Aufgaben, Fragen und für jede gelöste kriegen sie 10 Euro. In den Kategorien München-Quiz, Geschicklichkeit, Sachaufgabe und Schätzaufgabe und in unseren großen Finalspielen füllen wir mit Zeit ist Geld die Fahrt. Maximal fünf Stationen können gespielt werden. Pro Runde winken 10 Euro. Der Einsatz eines Jokers durch einen Mitfahrer ist einmalig möglich. Am Ende geht es dann um alles. Drei Umschläge und die Qual der Wahl. Verdoppeln, verzocken oder vervielfachen. Alles einsteigen. Barry Werkmeister zockt mit dir im Münchner Nahverkehr.